Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin-Alleine-Marketing, dem Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Startfrei für Runde 2 von meinem Podcast. Vielen, vielen Dank für das Hören von Folge 1, für das grandiose Feedback. Ich freue mich richtig total und ich hoffe, du hast Spaß dabei, weiter bei mir zuzuhören. Heute gehen wir mal weiter im Alphabet. Das war zwar nicht so geplant, aber der Wunsch war, einfach weiterzumachen im Alphabet. Also machen wir heute weiter mit B. Ich habe mich entschieden für ein kleines Mitmachspiel jetzt zur Adventszeit. B wie Blindtest. Also, was ist ein Blindtest? Der Blindtest ist eine Art in der Marktforschung, die darauf abzielt, Präferenzen der Konsumenten für ein oder mehrere Produkte im Hinblick auf Produkteigenschaften wie Geschmack, Geruch und Qualität zu untersuchen. Dazu werden die Produkte blind präsentiert. Das bedeutet ohne die erkennbar dahinterliegende Marke, Verpackung oder den Preis. Du musst dir also nicht eine Binde um die Augen hängen, damit du blind bist, sondern die Produkte werden blind gemacht quasi. Die Hoffnung in der Marktforschung ist, dass der Konsument beim Testen so ohne Einflüsse auf die Markenwahrnehmung urteilt. Klassisches Beispiel für einen Blindtest ist das Coca-Cola-Pepsi-Experiment. Was schmeckt wohl besser, Pepsi oder Cola? Ein Blindtest macht es deutlich. Und jetzt zum Mitmachen. Lass sie von einem Freund oder einer Freundin oder von einem Kollegen, einer Kollegin oder von wem auch immer in einen neutralen Becher Pepsi und in einen anderen neutralen Becher Cola füllen. Aber so, dass du nicht siehst, wo welches Getränk reinkommt. Die Person, die die Getränke in die Becher füllt, soll sich am besten allerdings markieren, wo welche Marke drin ist. Du probierst also blind beide Sorten. Welcher Becher schmeckt dir besser? Und nun wiederhole den Test. Diesmal aber weißt du vorher, wo Pepsi und wo Coca-Cola drin ist. Und jetzt der Clou. Schmeckt es anders? Schmeckt dir vielleicht Coca-Cola besser als Pepsi? Das Coca-Cola- und Pepsi-Experiment wurde schon viele Male durchgeführt. Fast jedes Mal gewann beim Blindtest Pepsi. Die einhellige Meinung war, es schmeckt einfach besser. Hinterher waren allerdings alle verblüfft, als sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich Pepsi besser fanden. Als die Probanden beim zweiten Test dann wussten, wo welche Cola drin war, haben alle gesagt, dass Coca-Cola natürlich besser schmeckt. Wie kann das also sein? Es liegt daran, dass Coca-Cola markdominant ist. Es kommt also zu einem sogenannten Halo-Effekt. Die positiven Erinnerungen, die die Probanden mit der Marke Coca-Cola assoziieren, fließen in die Wahrnehmung mit ein und wirken so stärker als der eigentliche Geschmack. Was genau aber der Halo-Effekt ist und was dahinter steckt, erkläre ich dir in der nächsten Folge. Fazit des Ganzen, probiere es einfach mal aus. Es muss nicht mit Cola und Pepsi sein, es kann auch mit Gummibärchen sein, es kann mit Fruchtzwergen sein. Du wirst allerdings verblüfft sein, wenn dir das Markenprodukt besser schmeckt, weil du das Markenprodukt im Kopf hast, wenn du beim zweiten Test weißt, was du probierst. Lass mir gerne ein Like da. Schreib mir in die Kommentare auf LinkedIn, wenn du einen Blindtest durchgeführt hast, was dir besser geschmeckt hat. Würde mich mal interessieren. Ich lasse es auch in meine nächsten Podcast-Folge einfließen. Jetzt erstmal einen schönen ersten Advent. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche.